Hallo, ich bin Annika Bischof. Hallo, ich bin Tamara Bischof und wir geben Einradkurse an der VHS Unteres Remstal. Seit 13 Jahren macht uns das riesigen Spaß und seit sieben Jahren nehmen wir regelmäßig an Wettkämpfen teil. Einradfahren, das heißt für uns, ständig neue Herausforderungen anzunehmen und mit Spaß im Team zu trainieren. Einradfahren ist unsere Leidenschaft. Deine auch? Schau gleich mal rein unter www.vhs-rennzteil.de